Hallo, ich bin der Mahanli und das hier ist Butenia Schritt für Schritt Teil 15. Und heute kümmern wir uns ein bisschen um die verschiedenen Borbils. Dazu muss man gleich mal sagen, dafür braucht man natürlich das Add-on Borbils installiert, das aber sehr gut zusammenarbeitet mit Butenia. Und wir fangen wieder an, wie wir immer anfangen. Ihr kennt das so langsam aber auch schon mal. Hier bei Valenfrostweaver wieder schönen Dank und der Link. Und ja, guckt da mal drauf, freut er euch, freut er sich, freue ich mich. Und jetzt fangen wir mal an. Hier ein kleines Auswahlmenü, weil nämlich die Folge sonst sehr sehr lang wäre. Also könnt ihr hier auswählen, zu welchen Borbils ihr mehr Informationen möchtet. Ansonsten lasst ihr das Video einfach weiterlaufen, dann gehen wir durch alle durch. Viel Spaß! Zuerst geht es uns um die sogenannten kosmetischen Borbils, oder ich habe hier geschrieben, optische Borbils. Und ja, die lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Einmal Puderbasierte und einmal die Petalbasierten. Und das bedeutet einfach, die Rezepte für all diese Borbils sind entweder mit Farbpuder und in der Mitte einem Mana-Infused String, bekommt ihr welche raus, oder mit Petals und einem Mana-Infused String in der Mitte, bekommt ihr andere raus. Und jetzt schauen wir uns die mal an und was die können und wofür die gut sind. Und ich hole das hier mal raus. Das sind jetzt erstmal die Puderbasierten. Sprich, alles ein gleichfarbiges Puder. Ich habe hier nur viele verschiedene Farben genommen, um euch zu zeigen, dass man halt viele verschiedene Farben nehmen kann. Um einen Borbils rauszukriegen, müssen überall die gleiche Farbe halt sein. Also acht orangene, acht blaue, acht braune, acht rote, acht grüne und so weiter. Da gibt es ja diverse Farben. Ja, und das wären dann die hier. Einmal die Groucho-Glases, die Thick Eyebrows und so weiter. Und ja, da gibt es 12, warte mal, 13, 14, 15, 16 Stück, wie auch 16 Farben. Und wie das Bauble-Case gemacht wird, habe ich euch in der vorigen Folge schon mal gezeigt. Jetzt haben wir hier an der Seite natürlich die Dinges. Und was die machen, ist ganz einfach, wenn ich die jetzt anlege, dann seht ihr, mein Charakter bekommt so ein lustiges Gesicht oder dicke Augenbrauen oder ein Schild oben an den Kopf. Sieht man jetzt nicht so unbedingt sehr gut. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da haben wir so eine lustige Maske auf oder auch ein Questgeberzeichen und so weiter. Hier so eine lustige Alien-Atenne. Naja, was man halt so machen kann. Erstmal grundsätzlich eine nette Sache. Und so kann man seinen Charakter ein bisschen aufhübschen, möchte ich mal sagen. So haben wir ein kleines Ding am Revers. Wichtig ist, dass alle diese optischen Baubles nur im Amulett-Slot, sprich dem hier oben, funktionieren. Und jetzt packe ich das mal kurz wieder zurück. Und wir kommen mal drüber zu den Petal-basierten. Da ist das gleiche wieder eine Farbe. Ich habe hier wieder viele verschiedene genommen, um zu zeigen, dass halt viele verschiedene Farben möglich sind. Um was rauszubekommen, braucht man eine einzelne Farbe. Ich hole auch die mal kurz hier raus. Schauen wir da mal rein. Was haben wir hier? Ja, da haben wir die berühmten großen Augen vom Wellen, die er mal irgendwann hatte. Hier haben wir zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, was es sein soll, aber so lustige Dinger oben am Kopf dran. Und so weiter. Hier haben wir noch ein paar Engineer-Goggles. Aber die haben alle keinerlei Effekt. Die sind nur so just for fun da. Jetzt gibt es ja nicht nur diese optischen Baubles. Ich packe das mal kurz zurück. Sondern auch die funktionellen Baubles. Da kommen wir gleich zu. Aber eine Sache möchte ich doch nur kurz zeigen, was man mit den optischen Baubles machen kann. Das hier sind alles funktionelle Baubles. So. Wenn man jetzt die anlegt, dann seht ihr... Oh, anlegt natürlich. Achso, ich muss ins Baubles-Menü. Natürlich. So. Wenn man die anlegt, dann seht ihr, habe ich oben so einen Kreis. Jetzt ist aber ja dummerweise der Slot belegt und ich könnte nicht mehr die lustige Groucho-Maske aufsetzen. Na, wenn ich jetzt anklick, seht ihr, die wird einfach nur unten reingepackt. Baubles-Menü hier oben für den Amulett-Slot ist bereits belegt. Ja, was machen wir da? Ganz einfach. Wir nehmen uns das, was wir anlegen wollen. Plus die Maske. Packen es ins Crafting Grid und bekommen hier den Golden Laurel Crown. Und wenn man Shift drückt, seht ihr, has cosmetic override Groucho-Glasses. Wenn ich die jetzt anlege, dann ist die Textur ersetzt gegen die Groucho-Glasses. Sehr cool. So kann man die Vorteile des funktionellen Baubles und die Lustigkeit des kosmetischen Baubles auf jeden Fall sehr gut kombinieren. Das Ganze funktioniert auch mit den anderen Slots. Nur dieser Effekt wird immer auf das Amulett, also auf den Amulett-Slot gepackt. Ich kann also den Ring jetzt anlegen und habe trotzdem hier oben das Gesicht. So. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das funktioniert ja alles super. Aber ich kann ja mich so equippen, sehe ich schön aus. Oder halt auch mit den Bearbeiteten. Und ihr seht, das funktioniert auch. Und natürlich sind jetzt überall die Groucho-Glasses drin. Wenn ich jetzt die habe und aber trotzdem dem noch eine Brille aufsetzen möchte, dann nehme ich mir hier einfach so einen Ring. Mach das. Ups. Naja, komm, nehmen wir den mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt... Ja, das funktioniert. Also es geht nicht bei allen. Ihr seht, der hat jetzt den Cosmetic Override Anaglyph-Glasses und ist für den Belt-Slot. Nämlich raus. Pack ihn rein. Und schon hat unser Groucho noch einen Override oben drüber. Nämlich die Glasses. Ja, und so kann man alles mögliche übereinander legen und seinen Charakter ein bisschen so designen und lustig machen, wie man möchte. Sieht auch stylisch aus. Gut, wie dem auch sei, ihr versteht hoffentlich, wie es funktioniert. Und wenn ich jetzt, muss ich mal gucken, Groucho-Glasses, die sind es. Wenn ich das jetzt wieder entfernen möchte, der hat ja diese Groucho-Overrides, dann packe ich es einfach wieder ins Crafting Grid. Und ihr seht, am Ende kommt wieder einer ohne raus. Und dann kann ich den rausnehmen und auch die Groucho-Glasses wieder. Und so kann ich das jederzeit anpassen, so wie ich möchte. Ja, das ist eigentlich schon alles zu den optischen Borbils. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt gehen wir hier rüber und kümmern uns um die wirklich wichtigen und interessanten Sachen, nämlich die Functional Borbils. Natürlich gibt es auch bei den Functional Borbils verschiedene Dinge. Und das sind noch viel umfangreicher als bei den optischen Borbils. Und, naja, ihr habt ja gesehen, in unserem Inventar haben wir in dem Borbils-Menü, das ihr übrigens auch mit B aufrufen könnt, drei verschiedene Slots. Einmal den Amulett-Slot, den Ring-Slot und den Belt-Slot. Also können wir drei bzw. vier verschiedene Borbils anlegen. Drei verschiedene oder zwei Ringe dazu noch. So, ja, und wir kümmern uns als erstes mal um den Amulett-Slot. Das heißt, ich hole mir hier mal alle Amulett-Slot-Borbils raus, die es so gibt. Und wir fangen an mit dem guten alten Manasier-Monocle. Das hatte ich schon mal erklärt, äh, gezeigt. Und ich hole mir das hier mal raus und lege das mal an. Und dann gucken wir mal, was das macht. Gecraftet wird es mit einmal Mana-Glas, einmal Mana-Steel und drei ganz normalen Gold-Nuggles. Da bekommt ihr einen Mana-Steel-Monocle raus. Und das kennt ihr schon aus den anderen Folgen. Ihr könnt damit zum Beispiel sehen, diese Blume, na, die ist jetzt gerade doof. Dieser hier, dieser Endo-Flame, hat einen Einzugsbereich, der, naja, gehighlighted wird. Seht ihr selber, ne? So kann man sich halt, äh, ein bisschen besser abstimmen, welche Abstände man zwischen den Blumen machen muss, damit man, äh, damit die auch funktionieren. Ist klar. Macht Sinn, ist eine feine Sache. Immer hilfreich, um das Ganze ein bisschen intelligent aufzubauen. Äh, ja, das ist schon das erste Borbel gewesen. Das kennen wir schon, deswegen dazu nicht ganz so viel. Äh, das kennt ihr. So, dann nehmen wir das wieder raus. Ach, weißt du was? Das schmeißen wir direkt mal weg. Das hatten wir jetzt. Und kümmern uns um das nächste, nämlich... The Spectator. Der wird ganz einfach gecraftet, indem ihr... Äh, fünf Eisenbarren, einen Eye of the Ender und einen Smaragd, so in euer Crafting Grid erlegt. Und dann bekommt ihr den Spectator raus. Was macht der Spectator? Das schauen wir uns jetzt mal an. Äh, auch den können wir natürlich wieder... Ups... Anlegen in unser Borbels-Menü. Und jetzt haben wir das Ding angelegt. Jetzt ist die Sache... Äh, erstmal sieht man noch nicht so viel. Das Ganze schauen wir uns nochmal ganz kurz in der Lexica Botania an. Äh, da gibt es nämlich einen Riesenbereich über Borbels. Und da schauen wir mal ganz kurz... Äh, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? The Spectator. Da. Ähm, so. Das ist ein Stirnband. Und, ähm... Das sorgt dafür, dass ihr... Sehen könnt, was in euren Thron und so weiter ist. Zum Beispiel. Seht ihr? Äh, Redstone ist hier drinne. Wenn ich jetzt den Redstone rausnehme... Und um es zu verdeutlichen... Hier haben wir Wassereimer drinne. Nehme ich mal die Wassereimer raus. Jetzt habe ich ja den Spectator angelegt. Und wenn ich jetzt das Item in der Hand halte... Dann seht ihr... Ah, die Kiste wird gehighlighted. Da ist also auf jeden Fall Redstone drinne. Cool. Wenn ich jetzt auf den Wassereimer gehe... Verschwindet hier... Das Geblinke. Und da ist es aufgetaucht. Denn in der Kiste ist Wasser. Sehr schön. Ein bisschen zu beachten ist... Wenn ihr da was drüber setzt... Funktioniert es nicht mehr. Ähm... Habe ich noch irgendwo Wasser? Wasser habe ich garantiert nirgends mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Kiste... Noch ein bisschen Redstone reinpacken würde... Und im Redstone bin... Zeigt er mir an... Ah, da ist Redstone. Und da ist Redstone. Nette Sache, um so ein bisschen den Überblick zu behalten... Über das Ganze. Ich kann das mal kurz zurückpacken. Ähm... So. Und so. So. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und dafür muss ich kurz umbauen. Und ja, bis gleich, ne? Die nächsten beiden Braubles, die wir uns anschauen, sind... Ah, der Tiny Planet. Der einfach gecraftet wird mit vier Living Rocks... Und normalen Steinen. Und in der Mitte einer Mana Pearl. Den nehme ich mal kurz mit. Denn dafür müssen wir uns gleich ein bisschen wegbewegen. Der ist manchmal ein bisschen gefährlich. Und dann noch das Snowflake Pendant. Oder Pendant. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es gecraftet mit viermal Strings. Einmal Mana Steel. Einer Rune of Water. Und einer Rune of Winter. Bekommt ihr das Snowflake Pendant. Oder Pendant. Oder ich weiß es nicht. So. Und jetzt gehe ich mal kurz in den Creative Mode. Denn, wie gesagt, wir müssen uns hier mal ein bisschen entfernen quasi. Und dann schauen wir uns mal zuerst das Snowflake Pendant an. Oder Pendant. Und ich schalte wieder zurück in den Survival Mode. Und muss hier leider mal eben ein bisschen das Wasser aufarbeiten. Denn ich bin ja in einem Tundra-Biom. Und das ist nicht so schlau, wenn man Tutorials macht. Wie dem auch sei. Ihr seht, da vorne ist Wasser. Sobald ich jetzt das Snowflake Pendant anlege, dann ist alles normal. So, jetzt wenn ich aber raufgehe auf das Wasser, dann seht ihr, zack, das friert sofort unter meinen Füßen. Sobald ich rüber bin, entfriert es wieder. Sehr praktisch, wenn man über Seen latschen will. Kurzum, es ist immer irgendwie Boden unter euch. Praktisch, praktisch. Das gilt natürlich für jede Tiefe von Wasser. Allerdings, wenn ihr auf dem Wasser seid und unter Wasser seid, dann sollte man jetzt ja denken, verdammt, wir kommen nicht wieder raus. Nein, sobald ihr komplett unter Wasser seid, funktioniert das nicht mehr. Sobald ihr wieder raushüpft, geht wieder alles den alten gewohnten Gang. Ihr erkennt das schon. Also, Snowflake Pendant ist eine coole Angelegenheit. Muss man schon einfach mal so sagen. So, dann kommen wir zum Tiny Planet. Und der ist so ein bisschen, ja, eigentlich das Internet und niemand weiß so genau, wofür der eigentlich da ist. Und zwar sagt das Lexica Botania zu diesem Ding, Moment, ich muss nochmal abnehmen, so. Das Lexica Botania sagt ganz einfach, dass sämtliche Mana Bursts, die in der Nähe passieren, auf den Träger zu steuern und dann um ihn herum floaten. Das sieht auf der einen Seite natürlich nett aus, kann aber ja nicht ganz der Sinn der Sache sein. Das hier ist ein Mana Blaster, da kommen wir später nochmal zu. Das ist quasi ein, ja, ein tragbarer Spreader. Und ich habe hier ein Mana Tablet im Inventar. Und wenn ihr jetzt mal seht, wenn ich nicht diesen Tiny Planet angelegt habe und hier auf den Mana Detektor schieße damit, dann seht ihr, okay, der erkennt, dass da Mana war und lässt den Pisten ausfahren. Wenn ich jetzt den Tiny Planet allerdings anlege, dann seht ihr, sobald ich draufdrücke und schießen will, dass der ganze Mana Burst um mich herum erscheint und nicht mehr nach vorne weggeschossen wird. Naja, also man könnte im PvP natürlich die Maschinen der anderen relativ gut stören, indem man einfach die Mana Bursts abzieht. Ansonsten habe ich dafür noch nicht den riesengroßen Sinn gefunden. Und das Problem ist, wenn man das Ganze mit einer Bore Lens in dem Mana Blaster kombiniert, dann kann man auch das kleine Pech haben, dass man sich die halbe Welt damit zerhackt, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Die nächsten beiden sind ein bisschen, naja, für den Nether zu gebrauchen. Und zwar haben wir da als erstes den Pyroclas Pendant oder Pendant, ihr kennt das. Wird gecraftet mit einer Rune of Summer, einer Rune of Fire, einem Mana Sealinget und vier Strings. So angeordnet bekommt ihr einen Pyroclast Pendant, den ich mal kurz mitnehme. Hallo. So, und wenn ihr den habt, könnt ihr den quasi updaten, denn der Crimson Pendant ist, naja, die kleine geupdatete Form. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Ihr packt also den Pyroclast in die Mitte, dann die Blaze Rods draußen drumherum, zweimal Nether Bricks und einen Gaia Spirit, was bedeutet, dass ihr auf jeden Fall das Ritual von Gaia durchführen müsst. Wir gehen mal kurz wieder in unsere kleine Testgegend hier hinten und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Dafür gehe ich erstmal wieder zurück in den Survival Mode. So, und ihr seht, ich habe das Pyroclast Pendant, lege ich an. Und wenn ich jetzt durch Feuer laufe, nein, Moment, erstmal ziehe ich es nicht an, um was zu demonstrieren. So, wenn ich jetzt durch Feuer laufe, dann, ja, seht ihr, ich habe noch nicht, ja, es geht noch eine ganze Zeit weiter. Ich weiß nicht, warum gerade das Feuer nicht angezeigt wird, aber ich kriege halt immer noch weiter Damage, nachdem ich auch aus dem Feuer raus bin, weil ich ja noch weiter brenne. Mit dem Pyroclast angelegt kann ich durchlaufen, bekomme zwar während ich im Feuer bin Damage, aber danach ist es sofort quasi gelöscht und wieder vorbei. Ich kann also solche Stellen relativ gut überbrücken, denn danach ist der Schaden sofort zu Ende. Funktioniert, wie ihr seht, nicht mit Lava, denn die tut immer noch tierisch weh, aber auch nachdem ich die verlassen habe, bin ich sofort wieder gelöscht und alles ist wieder cool. Ja, was könnte wohl das Update machen, dieser Crimson Pendeng, ganz klar, der macht einen Immun gegen sämtlichen Feuerschaden und auch in Lava kann man ab sofort schwimmen gehen. Und ihr seht, ich bin im Survival-Mode, tja, läuft, würde ich sagen. Zwei ganz nette Items und eigentlich relativ leicht zu craften. So, und kommen wir zu den nächsten. Damit kommen wir auch schon zu den letzten beiden Baubles für den Amulet-Slot. Das sind einmal die Golden Laurel Crown, die wird gecraftet mit zwei Gold Ingots oder Barren, dann ein paar Leaves, also Blättern und einem Gaia Spirit bekommt ihr eine Golden Laurel Crown und dem Charm of the Diva und der wird gecraftet mit zwei Gaia Spirits, dann den Goldbarren hier so angeordnet, einer Rune of Pride und einem Tiny Planet. Ihr erinnert euch, jetzt wissen wir endlich mal, wofür man ihn wirklich mal gebrauchen kann. Ja, und was sie machen, ist eigentlich relativ easy. Und zwar, wir fangen mal an mit der Golden Laurel Crown. Und wenn wir die anlegen, dann seht ihr im Lexiker Botania, dass wir dadurch unsterblich werden. Nicht ganz, aber immerhin. Ich spawn mir hier mal eben kurz ein paar Zombies und lasse mich mal angreifen, bis die mich gekillt haben. Und dann seht ihr an meiner Lebensleiste, zack, the crown shatters as it saves you from death. Wir haben überlebt, haben einen Resistance Buff, noch für 10 Sekunden und haben jetzt noch einmal die Chance, also unser Leben wurde komplett aufgefüllt, einmal die Chance zu überleben. Funktioniert nur einmal. Also wenn wir jetzt wieder gestorben wären, weil wir uns nicht gewehrt hätten, dann wäre das weg gewesen, denn das Item wurde verbraucht. Also einmal überleben, nachdem man ein Problem hatte. Gut, und dann haben wir noch den Charm of the Diva. Wenn wir den anlegen und mal ganz kurz ins Lexiker Botania schauen, dann seht ihr, blesses the wearer with the ability to have any attacked mob follow the attacker's will. Das heißt, sobald ihr ein bisschen Mana im Inventar habt, das ist hierfür absolut wichtig, und euch ein paar Mobs angreifen, ich baume hier mal eben wieder zwei Zombies, und ihr jetzt einen von angreift, dann bleibt der entweder stehen oder er fängt an, den anderen anzugreifen. Und er hat da hinten offensichtlich jemanden entdeckt, den er angreifen könnte. Jawohl, da sehen wir, da steht ein Zombie draußen vor der Tür. Und er geht raus. Okay. Die sollten sich jetzt gegenseitig gleich mal irgendwann bekämpfen. Das dauert natürlich, das zieht sich, also das ist nur eine gewisse Chance, dass es funktioniert. Ich will mal eben noch ein paar, ah, jetzt hauen sie beide ab. Also die werden entweder gestandt, hauen ab, oder bekämpfen sich dann gegenseitig. Und da seht ihr es, da haben sie sich gegenseitig bekämpft. Jawohl, da geht es zur Sache. Die hauen sich gegenseitig. So, ich hau den mal kurz weg. Mal eben gucken, den habe ich schon angegriffen, der ist auf den scharf. Oh, was ist das denn für ein super Zombie hier? Oh. Okay, so. Er dreht sich um, haut ab. Und, na komm, einen werde ich ja wohl noch mal schaffen, dass sie sich gegenseitig angreifen. Wie gesagt, die Chance ist nicht unbedingt sehr groß, aber wie ihr gesehen habt, die haben sich gegenseitig bekämpft und entsprechend, die Chance ist auf jeden Fall vorhanden. So, und bevor mir hier noch ein Creeper wieder alles zerlegt, was nämlich gerade eben passiert ist, gehe ich schnell wieder rein, gehe wieder in den Peaceful Mode. Ach, so. Einmal bitte. Ups, Peaceful. Und dann machen wir auch wieder Tag. Wir brauchen keine Zombies mehr. Und ja, das waren schon alle Baubles für den Amulett-Slot. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter mit dem Ring-Slot. Kommen wir also zu den Ringen. Ja, und im Ring-Slot, ups, anders. Ich muss erst mal wieder zurück in den Survival-Mode. So, ja, da gibt es natürlich auch so einige. Was ich nicht nochmal zeigen werde, sind jetzt Ring of Loki, Ring of Odin, Ring of Thor und der daraus resultierende Ring of Aesir. Das hatten wir schon bei den Belohnungen für das Gaia-Ritual. Entsprechend werde ich die direkt weglöschen. Wen es interessiert, der möge nochmal bei Teil 11, glaube ich, gucken. Müsste mal gucken. Also die Belohnung für das Gaia-Ritual. Da werden die vier Ringe behandelt. Ja, wir fangen jetzt an und haben zuerst mal hier diesen Ring of Correction. Der wird ganz einfach gecraftet mit vier Mana-Steel-Ingots und einem Stein. Ja, das ist ja einfach. Dann schnappen wir uns da mal einen Vor- Ups, schnappen wir uns den mal. Und, ähm... Ach, das wollte ich gar nicht. Übrigens war es Clay, nicht Stein. Clay. So, ich bin gerade abgelenkt worden. Wie dem auch sei. Und, äh, dann gucken wir uns auch noch den Ring of Chordata an. Und dafür brauchen wir einen Puffy-Fisch oder so heißt der. Ich nehme das Ding mal raus, weil, ähm... Dann kann ich es sicher sagen. So. Ups. Äh... So. Nämlich so einen Puffer-Fisch, eine Rune of Water, einen Raw Solomon und wieder die vier Mana-Steel-Ingots so angeordnet wie ein Ring. Ja, da müsst ihr ein bisschen für angeln. Aber dafür sind die Dinger auch ziemlich cool. Nämlich fangen wir mal an mit dem Ring of Correction. Und den legen wir mal an. Und ihr kennt das Problem. Ihr wollt... Ähm... Was weiß ich. Ich nehme ihn nochmal ab. Ihr wollt Erde abbauen. Oder Holz. So. Und habt aber nur die Pickaxe in der Hand. Und der Rest macht die ganze Actionbar voll. Und das dauert ewig. Und das ist doch alles Kacke. Da würde es toll gehen. Und auch beim Sand dauert es ewig. Nie wieder dieses Problem. Denn ihr legt einfach den Ring of Correction an. Und wenn ihr jetzt im Inventar die Werkzeuge habt. Und merkt, das funktioniert nur mit den Botania-Werkzeugen, die auch Mana verbrauchen. Sprich Elementium, Terra Steel oder Mana Steel Werkzeug. Und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ach, hier ist Holz. Ich habe aber die Pickaxe in der Hand. Dann seht ihr, hat sich unten sofort das Ganze auf die Axt geändert. Beim Stein. Ah, die Axt habe ich jetzt in der Hand. Das ist ja blöd. Zack, haben wir wieder Pickaxe in der Hand. Und beim Sand wird es die Schaufel. Praktische Angelegenheit, denn so hat man quasi immer das richtige Werkzeug gerade zufällig in der Hand. Schönes Ding. Ihr seht das da unten schön durchswitchen. Ja, das ist der Ring of Correction. Wie ich finde, sehr, sehr cool. Denn das spart echt eine Menge Arbeit. So, und dann haben wir noch den Ring of Cordata. Der bräuchte eigentlich kein Mana Tablett. Aber es ist sinnvoll, das im Inventar zu haben. Ich werde das mal kurz weglöschen, um euch zu demonstrieren, warum. So, den ganzen Kram kann ich auch mal kurz weglöschen. So, und zwar, ja, dadurch, dass man da natürlich eine Menge Fische und so Zeug drin hatte, wird es wohl irgendwas mit Wasser zu tun haben. Hat es auch. Ihr kennt das, wenn er nicht angelegt ist und ihr springt ins Wasser. Ihr seht nichts mehr. Alles düster. Ihr seid schweinemäßig langsam. Alles nicht so wirklich gut. Der Ring of Cordata sorgt dafür, dass ihr euch ein bisschen fischiger fühlt. Und wenn wir ihn anlegen und ihr hüpft wieder ins Wasser, dann seht ihr, ah, schön hell. Und ihr seid ganz schön schnell unterwegs. Seht ihr, ich kann hier quasi wie ein Fisch hin und her schwimmen. Und das Eis ist gerade ein bisschen nervig. Was ihr aber auch seht, ist, dass natürlich ich gleich ersticke und ertrinken werde. Und das ist der Grund, warum ich mir jetzt ganz schnell ein Mana-Tablett besorge und mir das ins Inventar packe. Denn sobald ich ein Mana-Tablett habe im Inventar, ist das mit dem Sauerstoff kein Problem mehr. Ihr seht, der füllt sich direkt wieder auf. Der wird verbraucht. Und wenn ich jetzt hier unten bin und in der Gegend rumfischisiere und das gleich mal zu Ende ist, dann seht ihr, ist die Blasenleiste da direkt wieder voll. Und wenn das nicht geil ist zum Unterwasser arbeiten, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, ja, selbst wenn es draußen Nacht wird, ups, so, machen wir mal Nacht und ihr geht unter Wasser, habt ihr es immer noch wunderschön hell. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Da kann man ja fast besser unter Wasser arbeiten als über Wasser. Auch mal was Neues. So, kommen wir jetzt aber zu den nächsten Ringen. Die nächsten Ringe, um die wir uns kümmern, sind der Ring of Magnetization. Wird einfach gecraftet mit einer Mana-Lens-Magnetization. Zu Mana-Lenses kommen wir in einer späteren Folge noch mal genauer. Wird gecraftet, kann ich ja ganz kurz mal eben zeigen. Also auf eurem, Moment, so, und so. Einfach mit einem Iron-Ingot, einer Mana-Lens und einem Gold-Ingot bekommt ihr die Mana-Lens-Magnetizing. Ja, die braucht ihr und die vier Mana-Steel-Ingots bekommt ihr einen Ring of Magnetization. Und dann kümmern wir uns noch um den Ring of the Mantle. Einfach mit einer Rune of Spring, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Sekunde mal. Ich meine, das war eine Rune of Spring. Ne, Rune of Earth, genau. Eine Rune of Earth, vier Mana-Steel-Ingots und eine Golden-Pick-Axe. Bekommt ihr einen Ring of the Mantle. So, und jetzt schauen wir uns die mal an. Und zwar der Ring of Magnetization. Könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, was der wohl so macht. Ganz normal, ihr rennt irgendwo rum und wollt den ganzen Kram nicht per Hand aufsammeln. Der liegt hier noch irgendwo in der Gegend rum. Okay, kein Problem. Legt ihr einfach den Ring of Magnetization an. Zack. Und ihr seht, die ganzen Sachen werden zu euch gesaugt. Wenn euch der Radius jetzt nicht reicht, übrigens 5 Sekunden, ups, das wollte ich nicht, 5 Sekunden lang dauert es, bevor ein gedropptes Item angesaugt wird, damit man, wenn man Sachen droppen will, die nicht automatisch immer angezogen werden. Abgesehen davon, wenn ihr Shift drückt, ist die Funktion ausgeschaltet und ihr seht, nichts wird mehr angezogen. Sobald ich Shift loslasse, kommen die Sachen zu mir. Wenn euch der Radius nicht reicht, in dem dieser Ring of Magnetization funktioniert, dann könnt ihr diesen Ring in einem ganz normalen Crafting Table zusammen mit einem Terra Steel Ingot updaten zu einem Greater Ring of Magnetization, der grundsätzlich erstmal den gleichen Effekt hat, aber halt eine wesentlich größere Range. Und da vorne wird schon alles vom Hopperhock eingesammelt. Aber ihr habt gesehen, der relativ große Bereich wird abgedeckt und ihr bekommt das ganze Zeug ins Inventar, was natürlich bei Dirt jetzt nicht unbedingt gewollt ist. Okay, das war der Ring of Magnetization. Kommen wir zum Ring of the Mantle. Der Ring of the Mantle schafft eigentlich euch nur einen Haste Buff, solange ihr ein Mana-Tablet oder überhaupt eine Mana-Quelle im Inventar habt, sprich ein Mana-Tablet oder ein Mana-Mirror, zu dem wir auch in der folgenden Folge nochmal kommen werden. Jetzt funktioniert das mit jedem Item, denn ihr seht, ihr habt einen Haste-2-Buff und wenn man den Ring halt nicht hat, dann hat man auch den Haste-2-Buff nicht. Ja, nette Angelegenheit. Haste ist immer gut. Da kann man schön schnell minen. Minisieren quasi. Okay, das waren der Ring of Magnetization und der Ring of the Mantle. Aber wir haben natürlich noch mehr. Die nächsten beiden Ringe, die wir uns anschauen werden, sind der Ring of Far Reach, der ganz einfach gecraftet wird mit viermal Elementium Barren und einer Rune of Pride. Ganz einfach eigentlich. Und der Great Fairy Ring, der ganz einfach gecraftet wird mit vier Elementium Barren und einmal Pixie Dust. Ihr braucht also Zugang zum Portal von Alfheim. So, und wir fangen mal an hier mit dem Great Ring of Far Reach. Den holen wir uns hier mal kurz raus. Und ja, Far Reach sagt eigentlich schon alles. Normalerweise kennt ihr das. Ihr steht hier relativ, also drei Blöcke, beziehungsweise vier Blöcke von der Sache entfernt. Wenn ihr weiter weg steht, kriegt ihr sie nicht mehr zu packen. Steht ihr in der rechten Gefährdung, könnt ihr abbauen. Ganz normal, kennt man. Der Ring of Far Reach, wie der Name schon sagt, erhöht diese Reichweite um etwa drei Blöcke. Denn wenn ich den jetzt mal anlege, ja, die Pfeile, das seht ihr gleich, wofür die da sind. Wenn ich die jetzt anlege, kann ich bereits, na, ein bisschen gerade auf das Feld stellen, so, bereits aus dieser Entfernung, wie ihr seht, die Blöcke abbauen. Ja, praktische Angelegenheit, würde ich so sagen. Ja, das ist schon der Ring of Far Reach. Kleinigkeit, aber kann sehr angenehm sein. Ich packe den mal kurz zurück und dann kümmern wir uns um den Great Fairy Ring, der nur in Verbindung mit Elementium Armor funktioniert. Und ihr erinnert euch ja, dass diese Elementium Armor die Möglichkeit hat, dass mit der Zeit so Pixies spawnen, die euch im Kampf unterstützen. Um das Ganze nochmal eben kurz zu demonstrieren, habe ich jetzt hier natürlich meine Erzblöcke. Die sind auch ganz praktisch, die stelle ich nämlich hier hin. Und, ähm, ja, ich spawne mir hier mal eben ein paar so Kollegen und lasse mich ein bisschen treffen. Oh, 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 oh. Ich muss hier gerade vorstehen. Ja, jetzt komme ich da noch nicht mal vor, oder was? So. Und ihr seht, hin und wieder werden die getroffen, obwohl ich sie nicht angreife. Das sind eben diese Pixies. Und wenn ich jetzt diese, diesen, diesen Great Fairy Ring anlege, dann sollte eigentlich die Rate dieser gespawnten Pixies, die automatisch für uns mitkämpfen, ihr seht das, die werden getroffen, wenn wir getroffen werden, werden die hin und wieder getroffen. Und dieser Ring erhöht halt die Chance, wie oft die, ja, quasi einen Gegenschlag bekommen. So, da fällt schon der Nächste und der fällt jetzt auch noch gleich. So lange machen wir noch schnell. Na komm, fall um. Nerv nicht. Alter, so. Ja, also dieser Great Fairy Ring, der erhöht einfach die Chance, ja, dass halt diese Pixies spawnen. Sieht man hier auch. Ja, selbst wenn man Elementium Armor nicht anhat, bleibt das der Fall, dass diese Pixies spawnen können. Aber mit dem Elementium Armor ist es natürlich eigentlich am sinnvollsten. So, dann haben wir noch zwei Ringe, die schauen wir uns jetzt an. Kommen wir zu den letzten beiden Ringen. Das sind einmal das Band of Aura und einmal das Greater Band of Aura. Logisch, Greater Band, brauche ich nicht viel zu zu sagen. Ist einfach ein Update hier vom Band of Aura. Wird gecraftet mit viermal Mana-Steel-Ingots und einer Rune of Mana. Um den zu updaten, einfach den fertigen Ring mit einem Terror-Steel kombinieren und ihr bekommt das Greater Band of Aura. Ja, was macht der? Ganz einfach, ich nehme den mal kurz hier raus. Ja, habe ich ja gut gemacht. So, und ihr seht schon, da unten ist eine kleine Leiste dran. Der hat also irgendwie einen Tank drin. Und wenn wir hier auch mal Control gehen und ins Lexica Britannia schauen, wenn ich ein Mana-Tablett mit einem Mana-Steel zusammen packe, dann kann ich einen Ring machen, der wie ein Tablett funktioniert. allerdings dann als Bohrwild getragen werden kann. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Mana-Tablett habe, wirklich zu den letzten beiden Ringen, denn ich habe eben gerade totalen Blödsinn erzählt, denn mit dem Ring of Order, bitte sagen, Band of Aura, ist das natürlich nicht möglich. Das wiederum füllt euer, ja, alle Items, die ihr halt im Inventar habt, mit Mana auf. Um Mana zu speichern, gibt es natürlich den Band of Mana. Der wird ganz einfach hergestellt mit Mana-Steel in der Art angeordnet und dazu ein Mana-Tablett, ob leer oder voll, ist völlig egal. Und auch das kann man updaten zum Greater Band of Mana, indem man das Band of Mana und einen Terror-Steel-Inget kombiniert. Ja, und wie gesagt, das funktioniert ganz einfach so, dass ihr dieses Band of Mana einfach in ein, ups, ja, nachkommen, in einen Mana-Pool packt. Passiert gar nichts. Warum nicht? Weil natürlich der Mana-Pool erstmal so geschaltet werden muss, dass etwas in ein Item reingeht. Und jetzt seht ihr, kommen die Blitze und das Band of Mana wird aufgeladen. Ich nehme das mal kurz raus und jetzt seht ihr unten, die Leiste hat sich schon etwas gefüllt. Funktioniert dann genauso wie ein Mana-Tablett oder ähnliches in eurem Inventar. Ist ganz praktisch, denn das bringt wieder Platz. Und wenn man jetzt so einen Mana-Ring und einen Ring of Aura kombiniert, also was heißt kombiniert, ist ja so, ich nehme mal den Greater Ring of Aura und auch den Greater Ring of Mana, dann kann man das natürlich wunderschön so kombinieren, dass man die beiden ins Inventar setzt. So. Und ja, der hier sich jetzt quasi mit der Zeit von selbst auffüllt, da man ja einmal einen Mana-Produzenten und einen Mana-Speicher im Inventar hat. Irgendwas ja im Bobbles-Menü. So. Und ja, das waren schon alle Ringe. Jedenfalls alle, die ich so kenne oder gesehen habe. Und dann würde ich als nächstes sagen, gehen wir mal zum Belt-Slot, sprich zu den Gürteln. Auf geht's! Kommen wir also mal zu den Gürteln. Die Gürtel. Hier haben wir den Belt-Slot. Ich bin im Survival-Mode. Und ja, Gürtel gibt es nicht allzu viele, nur sechs Stück insgesamt hier in den Gürtel-Slot passen. Und den hier habe ich da noch drin vom Versuchen gerade. Ja, erst mal haben wir da die zwei Ersten, die wir schon hatten. Die Sojourner Sash, den Globetrotter Sash. Die hatte ich schon mal in der vorigen Folge erklärt. Deswegen noch mal ganz kurz hier nur angerissen. Die Sojourner Sash, den macht ihr mit viermal Leder, einer Rune of Earth, einer Rune of Air und einem Mana-Steel-Inget. So angeordnet. Und dann bekommt ihr den Sojourner Sash raus. Der macht folgendes. Wir können ja mal kurz Control drücken. Zack. Und zwar wird der verstärken eure Bewegungsgeschwindigkeit, die Sprunghöhe und auch die Sturzresistenz, also die Fallresistenz. Und kostet allerdings ein bisschen Mana, was wiederum bedeutet, dass ihr ein Mana-Tablet oder ein Mana-Spiegel oder ähnliches, was ich auch schon in einer vorigen Folge mal erklärt habe, im Inventar haben müsst. Wie das dann aussieht, ist folgendermaßen. Seht ihr, meine Bewegungsgeschwindigkeit ist so normal, so beim Rennen. Wenn ich das Ding jetzt mal, achso, das war jetzt schon, hey, also so ist die normalerweise, so ist sie beim Rennen. Und der Sojourner Sash, wenn wir ihn anlegen, macht ungefähr beim Normallaufen das Doppelte und auch beim Rennen das Doppelte. Zusätzlich noch könnt ihr einen Block hoch einfach rüberlaufen, ohne springen zu müssen, wie ihr seht. Bekommt ein bisschen Fallschaden dazu und könnt auch höher springen. Das heißt, ihr könnt, hab ich hier irgendwo mal einen Zaun, da hab ich Zäune, ihr könnt über Zäune einfach drüber hüpfen, wie ihr seht. Sehr schön. Ja, aus diesem Sojourner Sash, den kann man dann quasi updaten und aus dem Sojourner Sash wird dann der Globetrotter Sash. Dafür legt ihr den Sojourner Sash in die Mitte, zwei Elementium Barren dazu und einmal Gaia Spirit, sprich, ihr müsst das Ritual von Gaia einmal durchgeführt haben, um an diese Gaia Spirit zu kommen, habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erklärt. Was die ganze Sache dann macht, ist, dass ihr, ja, man läuft wieder ganz normale Geschwindigkeit, seht ihr? Wenn man den jetzt anlegt, ups, ich lasse die Türen jetzt mal offen. So, wenn man den jetzt anlegt, also das normale Geschwindigkeit, wenn man den jetzt anlegt, dann sieht man schon direkt ein bisschen Boost. Je länger man jetzt damit rumläuft, desto schneller wird man. Und ich denke, das hier ist schon langsam Top Speed im Normal. Beim Rennen ist es natürlich noch etwas schneller. Ja, ne, auch wieder die gleiche Geschichte, man kann über einen Block Höhe Dinger gehen, Höhe Hüpfen und so weiter. Das Problem ist, sobald man jetzt irgendwo gegenrennt, wie zum Beispiel hier die Wand, und aufhört, fängt man wieder von vorne an und die Geschwindigkeit muss sich erst wieder aufbauen. Reicht immer noch nicht, hast du gesagt? Ich werde bekloppt. Na gut, dann daten wir das Ganze nochmal ab zum Planestrider Sash und der ist jetzt neu, den hatten wir noch nicht in der vorigen Folge. Der wird einfach gecraftet, indem ihr Pasture Seeds so anordnet, eine Map und zwar eine ausgefüllte Karte, eine leere tut es da nicht. Dann in der Mitte den Sojournal Sash hin und unten ein bisschen Zucker. Ja, wenn man den da anlegt, ich spare mir jetzt mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn man normal läuft, das kennt ihr ja schon von A.O. Ihr seht aber, also es ist schon extrem schnell und je länger man läuft, desto schneller wird's, da erreicht man schon also ernsthaft üble Geschwindigkeiten und auch wieder Sprunghöhe verbessert, Fallschaden verringert und ja, alles was dazugehörte. Ne? Also, da kann man schon richtig schnell mit vorwärts kommen, da kommt aber kein Pferd hier in Minecraft mit. Sehr schön. Okay, dann haben wir noch den Tecto... Ups, ich muss das Ding ablegen, ich bin zu schnell. Ach, ich bin zu schnell. So, ja, den Tectonic Girdle, der wird gecraftet mit einer Rune of Fire, einer Rune of Earth, dann vier Leder, so angeordnet und einem Mana Steel Ingot bekommt ihr einen Tectonic Girdle und was der macht, schauen wir hier mal kurz wieder mit Control und zwar verringert der den Knockback beziehungsweise er verringert ihn nicht, sondern, ja, ignoriert ihn komplett, also gegen Knockback seid ihr dann immun. Um das kurz mal zu zeigen, habe ich hier vorne mal kurz was vorbereitet und zwar kennt ihr das, wenn ihr jetzt ein Pfeil ins Gesicht bekommt, dann passiert dieses, ne, schöner Knockback. Wenn man jetzt den Tectonic Girdle anlegt, seht ihr, okay, wir kriegen den Schaden und alles, aber der Knockback-Effekt ist, ja, Vorgangenheit. Ja, und dann muss ich mal eben wieder umbauen, denn wir haben ja noch zwei lustige Regen-Capes hier und, ja, was es mit denen auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Bleiben, wie gesagt, noch die beiden Umhänge und, ja, kommen wir mal zu denen. Einmal gibt es den Cloak of Virtue und den Cloak of Sin, die ich jetzt beide erklären werde und den Cloak of Virtue werde ich direkt schon mal anlegen. Der wird gemacht ganz einfach mit zweimal, beziehungsweise viermal Glowstone Dust, dann viermal weißer Wolle und einem Gaia Spirit bekommt ihr den Cloak of Virtue raus. Der andere ist der Cloak of Sin, der wird gemacht mit viermal Redstone, viermal schwarzer Wolle und auch einem Gaia Spirit. Was die jetzt machen, das schauen wir uns mal an. Das ist wieder so ein bisschen ein Kampf-Item und, ja, dafür musste ich mal eben aus dem Creative Mode in den Survival Mode damit wir auch Damage bekommen, denn ihr kennt das, wenn man jetzt hier mal hingeht und sich ein Zombie beschwört. Ich nehme mal lieber das Schwert in der Hand, weil, ihr seht, ihr seht nicht, weil ich Idiot den schon angelegt hatte. Also seht, habt ihr schon zu viel gesehen. Moment, nochmal zurück. So, raus. Also, jetzt aber nochmal. Wenn man hier drauf drückt, dann kommt hier der Zombie an und schlägt uns. Das wollen wir nicht. Das ist schlecht, deswegen müssen wir den mal eben killen. So, nicht weiter schwierig bei Zombies, aber es könnten ja auch andere Mops kommen. Wenn man jetzt den Cloak of Virtue anlegt, die sind hier, den Hellen mit dem Glowstone und der weiße Wolle, dann wird der erste Schaden, den man erleidet, komplett auf Null gesetzt und, also alle 10 Sekunden, 10 Sekunden cooldown dann, alle 10 Sekunden wird der Schaden komplett verhindert. Wie ihr jetzt seht, der erste, ihr habt das gerade im Sound-Effekt gehört. Okay. Ja, der erste Schaden, seht ihr, wird verhindert. Und jetzt fängt es wieder an zu schneien. Das wollen wir nicht. So, ja, also, einmal alle 10 Sekunden Schaden komplett verhindern. Nette Angelegenheit. Geht aber noch besser, denn wir haben auch den Cloak of Sin. Und der Cloak of Sin, dafür muss ich es leider mal eben, ups, Nacht machen, denn dafür brauchen wir Dunkelheit, denn wir brauchen mehr Zombies. Und deswegen habe ich hier auch die Flask of Mending dabei, denn, wenn wir uns jetzt mal zwei Zombies besorgen und die uns angreifen, bekommen die jeweils den Schaden, den sie uns zugefügt haben, alle 10 Sekunden einmal komplett zurück. Also eigentlich bräuchten wir nur hier stehen bleiben und immer wenn der Sound-Effekt kommt, bekommen die den Schaden, den die uns zugefügt haben, selber auch nochmal reingedrückt. Und insofern, das dauert zwar einen Moment, aber irgendwann werden die sich dadurch, durch das die uns angreifen, selbst killen. Habt ihr gesehen? Beide rot geworden. Gilt in einem Umkreis von, ich weiß nicht genau wie viel, aber ist schon eine ganze Ecke und ich habe noch kein einziges Mal angegriffen und trotzdem sind die gleich platt. Und jetzt muss ich schnell mal wieder ein paar Heiltränke trinken. Na kommt, da ist der erste umgefallen, der hier greift uns an und immer wenn der Sound-Effekt kommt, dann habt ihr gesehen, werden alle, ja, bekämpft. So, bevor ich jetzt hier noch sterbe, muss ich die jetzt aber mal eben umhauen, hier die Spotsfreunde. Und ja, das waren schon die ganzen Gürtel, die man so kriegen kann. Ich gehe hier mal wieder auf Tag und vor allem gehe ich auch wieder auf Peaceful. Ja, und dann bleiben uns noch die letzten beiden wirklich, wirklich interessantesten und schönsten Sachen, die es an Baubles gibt. Nämlich einmal das Tainted Blood und die Flügel-Tiara. Ja, die schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt kommen wir zum Tainted Blood. Und zwar kann man damit einige Halsketten machen und ich nehme hier mal wieder das Baubles-Case raus. Und ja, ihr seht, wir haben hier richtig, richtig viele, die aber alle eigentlich relativ einfach beziehungsweise gleichmäßig gecraftet werden. Denn ihr könnt erst mal dieses Tainted Blood Pendant oder Pendant, wie auch immer, Kette craften. Und die könnt ihr dann wiederum mit verschiedenen Brauen, mit verschiedenen Tränken, naja, versehen. So, das bedeutet, ihr braucht erst mal dieses völlig uninfusionierte Tainted Blood Pendant. und ja, das wird gecraftet, ganz einfach, indem ihr Prismarine Shards vier Stück anordnet. In der Mitte eine Ghast Tier und ein Mana Diamond. Prismarine Shards, wie macht man die noch gleich wieder? Habe ich noch nicht erklärt, mache ich jetzt, kein Problem. Dafür müssten wir nämlich mal eben hier rüber gehen und wir haben ja hier diese verschiedenen Mana Pools, unter anderem hier mit diesem gelben, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, irgendwas Kataklyst, warte mal, Kataklyst, den hier, mit dem Alchemie Kataklyst habe ich in der letzten Folge, glaube ich, erklärt. Wenn man da jetzt Nether Quartz reinwirft, äh, Nether Quartz, so, dann seht ihr schon, okay, Nether Quartz wird zu äh, Prismarine Shards und ich werfe da mal eben ein paar rein und wir bekommen welche. Und so kann man sich dann eigentlich relativ einfach, naja, einfach, die Ghast hier muss man auch noch besorgen und den Mana Diamanten, aber so kriegt man relativ schnell, ähm, dieses Pendant und jetzt habe ich ganz vergessen, das Fertige dahin zu packen, aber so sieht es dann jedenfalls aus, was man da rausbekommt. Und, äh, ja, das muss jetzt noch, also wenn man das jetzt anlegt, das hat erstmal noch nicht allzu viel Sinn. Ich muss mal eben gucken, ob ich im Survival Mode, ja, also wenn ich das jetzt anlegen würde, dann seht ihr, passiert erstmal gar nichts und, äh, das bringt noch nichts. Denn, dieser, äh, dieser Anhänger, der funktioniert nämlich folgendermaßen. Und zwar kann man den jetzt mit allen möglichen, äh, Tränken versehen, die man so hat. Um das mal kurz zu zeigen, und das kostet wirklich, wirklich viel Mana aus euren Pools, also wenn ihr da, ich habe hier schon mal zwei Stück drauf gerichtet und der Mana Pool ist auch schon fast leer, dann fülle ich den nochmal kurz wieder auf. Oder auch nicht, weil ich nicht treffen kann. So, jetzt aber, jetzt ziehe ich das Mana Tablett da immer wieder raus. So, ähm, ja, und zwar benutzt ihr das dann ganz einfach wie eine Flasche, also eine Weil oder so, schmeißt die da oben drauf und packt dann jeweils die Dinge dazu, die ihr für den jeweiligen Effekt haben möchtet. Wenn ich jetzt eine Ghast hier, einen Redstone und eine Netherwarze dazu tue, dann sollte am Ende eigentlich, wenn alles funktioniert, und, äh, ja, wenn man hier mal mit dem Wand of the Forest drauf schaut, seht ihr, das geht sehr, sehr langsam. Und verbraucht wirklich sehr, sehr viel Mana. Äh, am Ende sollte dann eigentlich rauskommen, das, das da. Genau. Das mit der Brew of Restoration da drin, und gibt uns dann ein Regeneration Buff. Und zwar so lange, wie wir Mana im Inventar haben. Bedeutet, Moment, mal kurz vorspulen, damit das dann irgendwann mal fertig ist. So, da ist es rausgeploppt. Ja, okay, also ihr habt schon gesehen, das dauert wirklich sehr, sehr lange, verbraucht sehr, sehr viel Mana, aber lohnt sich. Denn, wenn man das Ding jetzt anlegt, und zwar in den Amulett-Slot, dann passiert gar nichts. Wir sind im Survival-Mode, es passiert gar nichts. Warum passiert nichts? Na klar, weil wir das Mana-Tablet dabei haben, aber das ist leider, leider leer. Und, äh, insofern werden wir das mal kurz da reinschmeißen. Den Mana-Pool mal eben umschalten, dass der das Mana-Tablet füllt. Und wenn da ein bisschen was drin ist, so, dann nehmen wir uns in die Hand, und es ist noch nicht großartig gefüllt. Wir machen es mal einfacher. Ich nehme mir mal eins. Äh, man ist ja nicht umsonst im Creative-Mode. So, dann seht ihr, unten die Herzen sind am Durchblinken, und das bedeutet, wir haben einen Regeneration-Buff, und zwar so lange, wie wir Mana haben. Wenn wir kein Mana mehr haben, so wie jetzt, dann seht ihr, der Buff läuft ab und ist verschwunden. Solange wir Mana im Inventar haben, läuft's. Also immer ans Mana-Tablet denken. Ja, und das Ganze kann man halt machen, mit, äh, den ganzen, ach, so, mit den ganzen verschiedenen Dingern hier. Also, zum Beispiel, Crimson Shade, das Blutdurst verursacht, Resistance 2 Buff, Allure, keine Ahnung, Emptiness, und so weiter. Da guckt ihr dann am besten einfach mal hier mit Control, jeweils danach, was ihr haben wollt. Und dann werden wir, die hier alle schön einzeln. So, da sind sie alle. Fleet Feet, Vigor, Adrenalin, Mending, und so weiter. Die könnt ihr alle ebenso in euer, äh, Amulett packen, wie halt auch in eine Flasche. Und somit habt ihr die immer verfügbar, solange ihr Mana habt. Und braucht nicht die ganzen Tränke zu verbrauchen. Ja, angenehme Sache. Kann man sich eine Menge Amulette machen, und jeweils das, was man gerade braucht, ja, legt man sich halt mal kurz an. Und dann bleibt uns noch die Flügel-Tiara, und das ist eigentlich das Allergeilste überhaupt. Schauen wir uns jetzt an. So, und zuletzt kommen wir noch zum letzten, und, äh, besten, was die ganze Mod quasi mehr oder weniger zu bieten hat. Nämlich der Flügel-Tiara. Und dafür nehme ich hier mal das Bobble-Case raus, und dann schauen wir uns das mal an. Was ist denn das? Eine Flügel-Tiara. Drücken wir einfach mal kurz Control, um mal eben zu gucken. Ja, bla 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 bla. Ähm, wir können damit fliegen. Sagt das alles. Äh, und man kann es auch noch verschieden designen. Und zwar, erst mal von vorne weg. Wie kriegt man das Ding? Viermal Gaia Spirit, zwei Elementium Barren, zwei Federn, oh, und eine Bottle of Ender, Air. Ja, Bottle of Ender Air. Wo kriegt man die her? Zeige ich euch gleich. Erst mal schauen wir uns jetzt mal an, was bringt denn das Ganze? Und zwar kann man diese Flügel-Tiara natürlich ganz einfach anlegen. In den Amulett-Slot wohlgemerkt. Wenn man die jetzt anhat, ähm, bringt einem das noch nicht allzu viel. Außer, ähm, ihr seht, ich habe keinerlei Veränderungen irgendwie, aber ich habe da so einen kleinen Balken dazu gekriegt. Ich markiere euch den hier mal ganz kurz. Ne, diese weißen Dinger. So, wenn ich jetzt, äh, und ich bin definitiv im Survival-Mode, wenn ich jetzt doppelt klicke, seht ihr, ich kann fliegen. Yay! Coole Sache. Wenn ich in der Luft stehen bleibe, dann passiert gar nichts. Und ihr seht, dass dieser weiße Balken, von dem wir eben gesprochen haben, so ein bisschen, ja, äh, runter geht. Ne? und, äh, und, äh, das bedeutet, in der Zeit, wo dieser Balken runterläuft, können wir fliegen. Länger leider nicht. Und das Ganze gilt natürlich auch, nur solange wir Mana im Inventar haben. Irgendwann wird es gleich vorbei sein, und dann würden wir runterfallen. Wenn wir jetzt aber schnell das Schiff drücken, dann können wir sanft zur Erde segeln, denn ansonsten würden wir natürlich Fallschaden bekommen. Wenn man jetzt runter und rumläuft und nicht fliegt, dann baut sich der Balken langsam wieder auf. Ähm, ja, das Ganze kann man dann noch designen, denn es gibt nicht nur diese Flügel-Tiara, das ist halt diese Standard, die bekommt ihr raus, wenn ihr das genau so macht. Ne? Sondern, es gibt verschiedene Versionen davon. Nehmen wir die mal kurz raus. Zum Beispiel, äh, Wings Phoenix oder Ice Fairy. Ice Fairy klingt gut. Dann haben wir hinten auf einmal solche lustigen Flügelchen dran. Ist nur eine rein optische Sache, ansonsten funktioniert es genauso. Und, äh, der weiße Balken, dieser Flugbalken, der verändert sich ein bisschen, aber hat die gleiche Funktion. Ja, wie gesagt, hoch. Sehr schön. Ich gehe mal ganz, ganz, ganz weit hoch. Hey! Ui, 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 ist das hoch. Und ihr seht, macht niemals Tutorials in einem Schnee-Biom. Ist doof. Ich warte mal ganz kurz. Ihr seht, unser Mana wird auch verbraucht. Äh, ja, sieht man jetzt nicht, aber ihr seht es vielleicht an den blauen Balken da unten in der Erfahrungsleiste. Die sinkt halt ein bisschen. Es kostet Mana. So, jetzt ist es vorbei und wir würden runterfallen, aber kurz vor dem Boden drück ich Shift und wir kommen, ja, sanft zur Erde. Kurzum, also wenn man ein bisschen aufpasst, ist Abstürzen, ja, mehr oder weniger unmöglich. Und schon kann man in Minecraft sehr, sehr angenehm fliegen. Und ganz ehrlich, 30 Sekunden sind länger, als man denken sollte. Äh, da kann sich aber so manche Mod noch mal was abgucken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber zurück zum Thema. Woher bekommen wir Ender-Air? Hm. Okay, kein Problem. Ender-Air macht schon Sinn. Ist natürlich, äh, kriegen wir aus dem End. Ist klar, deswegen habe ich hier vorne, ich renne da mal ganz kurz hin, ein kleines Ender-Portal gebaut und auch den Ender-Drachen schon mal umgenietet. Denn, wir gehen einfach ins End und dort angekommen, stellen wir fest, dass die Leiter natürlich wieder abgebaut wurde. Und deswegen ist es gut, dass ich jetzt gerade meine Ender-Flügel schon anhabe. Deswegen kann ich ja mal kurz hochfliegen. So, im End, einfach mit einer leeren Glasflasche rechts klicken und pro Glasflasche gibt es eine Ender-Air-Bottle. Ja, nette Angelegenheit. Dann mal schnell wieder aus dem End raus und ihr seht, ich fliege jetzt nicht im Creative-Mode, sondern im Survival-Mode mit diesem System da halt. Hier die ganzen XP-Kügelchen liegen noch rum. Ja, sehr schön. Und wieder ab nach Hause. Das war's, wie gesagt, für diese Folge und ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns um irgendwas, was ich mir noch ausdenken werde. Danke nochmal an Wellen und dem Miss Chief of Mice. Und ja, die Folge war recht lang, es tut mir leid, aber deswegen habe ich am Anfang ja dieses Auswahlmenü gemacht. Bis denn und tschau tschau.